Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch mal die Waschmaschine von Loris. Ist jetzt gerade dunkle Wäsche. Wäsche gerade. Und ja, hier ist ein Haargummi. Kann man ein bisschen sehen. Ja, das ist ein Haargummi. Braucht noch eine Stunde, zwei Feinwäsche, 40 Grad mit 1400 Döhren. Zu drei. Die Loris ist ja mal die beste Waschmaschine. Ist einfach ein geiles Gerät. Guck mal, wie heiß wie sie ist. Sag mal 30 Grad oder irgendwas. Was jetzt, sie es schon haben. So 30 Grad, locker 30 Grad sind es. Und wenn man einen Rieser und einen Rieser. So 30 Grad, locker 30 Grad. So 30 Grad, locker 30 Grad sind es. Danke. So 30 Grad, locker 30 Grad. So 30 Grad, locker 30 Grad. So 30 Grad, locker 30 Grad, locker 30 Grad. Und wir werden dann auch ein paar Wäsche, So 30 Grad. So 30 Grad. dann sage ich auch schon mal vielen Dank fürs Zusehen bis zum nächsten Mal und Ciao Peace